Der Blaupunkt Der Blaupunkt anseien, es ist so schön, wenn es still ist. Ja, ich muss den Blaupunkt einschalten. Ich habe nicht einen neuen Blaupunkt gekauft, um den Blaupunkt nicht zu benutzen. Ja, Sie hören noch immer den Bayerischen Rundfunk 3. In der nächsten halben Stunde spielen wir norwegische Lieder von der Band DDA, die Solipa und ein Bündel mit norwegischen Hits ins Hochdeutsche übersetzt hat. Bitte sehr, hier sind norwegische Superknüller, die vergnügen.